Was soll ich sagen? Ja, eine Runde Sims 4. Und diesmal hier bei der Familie Steiner. Wir spielen hier mit Jack und DC. Lisa? Lisa? Ne, Lisa. Die Lies. Oh, ich muss das Aussprache. Und den Kalib. Dann haben wir die Sarah noch. Und Gina. Mirko natürlich. Und den Leon. Und natürlich die kleine Mareike. Ich will ihn gleich wieder haben. Warte ich auch nicht mehr genau. So. Was ist mit ihr los? Gut. Hat er sich jetzt zu essen bekommen? Ja, er ist noch nicht. Müde ist er auch. Was hat die denn eigentlich? Nichts? Ja, gehen die Sterne. Hm. Das ist mit nichts Negatives. Weiß nicht, warum sie da jetzt... Und nichts haben, warum auch immer. Die Pflichtschroh wird machen. Nein, alleine absch. Das geht los hier. So, sie muss arbeiten. Er ist Polizist. Der lustige ist, sie ist Polizistin. Er ist Einbrecher. Ja, so ist das in der Familie manchmal. Der Wohnschalter, den müssen wir mal ausziehen lassen. Weil er hört eigentlich nicht direkt zu Familie. Er ist einfach nur der Bruder. Von der Frau, von dem Steiner hier. Ah, den Steiner, ja. So. Achso, wir haben jetzt eine neue Toilfunktion. Dann können wir hier direkt auf die Finger gucken jetzt. Ja, schon seit grauer Zeit. Seit letztem Jahr. Wenn ihr diese Aufnahme seht, wird es wahrscheinlich schon das halbe Jahr rum sein. Sonst würde ich euch ja frohes neues Jahr wünschen. Aber das ist nicht passend. Weil ich soweit eine Vollproduktion bin, dass ich für ein Vierteljahr, glaube ich, dieses nicht online stellen muss. Braucht. Ich muss jetzt mal alle anderen online stellen. Das ist Stück für Stück. Versuche es ja wöchentlich. Ah. Ich glaube, der hat Termine. Achso, ja. Okay, dann muss ich nochmal aufhören. Zur Schule. Alle schon zur Schule. So. Oh, der Kleine muss mal schlafen gehen. Na. Ne, ich habe noch was. Achso, ich habe ihn hier angeklickert. So. Wasser. Moment. Hochheben, Fragen. Ich will mal die Geschichte erzählen. Das will er unbedingt tun. Das soll er auch nochmal machen. Aber. Das ist ein Bett. Nein, ich muss mich hier hochheben. Mehr Auswahl. Was ist das denn wieder da rein? Toll. Hochheben. Ich will schlafen. Aber wir schlafen einfach mal. Hochheben. Hochheben. Das Ding ist kaputt. Wir setzen einfach mal. Uns das leisten. So. Und dann schlafen. Wenn er nochmal rauskommt. Ist er jetzt eingeschlafen? Ja, ist er. Oh. Guck mal, wenn keiner den kleinen raus holt. Ähm. Ah, der kommt. Sehr schön. Wunderbar. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Wer kann da klein schlafen gehen? Oh, die kleine. Bike ist der mich. Entschuldigung. Habe ich am Anfang auch vorgelesen, die Namen. Ich bin wohl nicht ganz bei der Sache. Was haben wir hier mit Wäsche machen? Wie funktioniert das hier nicht? Wart mal. Hier alles so rum. So, weg. So, einfach, dass das hat, oder? Wieder zurück zu spielen. Weiter geht's. So, was ist er jetzt wieder für Extreme? Abgestummtes Gefühl. Achso, der hat ja kaum Emotionen, ne? Äh. Verdrießliches Gespräch. Hat er ja gehabt. Okay. Da ist ganz so. So, die Kinder sind alle zur Schule. Muss mal gucken. Muss aufpassen, dass die soweit fit sind. Die ist so müde. Ich könnte auch besser noch mehr Kontakte haben. Dann machen wir mal Freunde schließen. Mannschaften schließen, meine ich. Auch hier sind Kontakte mäßig. Mannschaften schließen. So. Ja. Da hatte ich keine Probleme. Lassen wir so. Er könnte auch ein bisschen mehr bei Freundschaften arbeiten. Also, Freundschaften schließen. So, die kleine braucht noch nichts. So. So. Dann kommen wir ein bisschen üben hier. Was macht der da? Okay. So. Wollte die kleine nicht schlafen gehen? Schlafen. Irgendwie, aber hängen die jetzt hier gerade fest in der Bickschleife. Das ist echt nervig. Das ist ja so ein extrem verpackter Spiel. Ach. Na gut. Ach. Ist das nervig? Ist das nervig? Okay. So. Ich muss noch eine andere Aufnahme machen. Ich werde gleich mit dieser Aufnahme stoppen. Und ich denke mal, hier passt das ganz gut. Wir haben 24 erlebt. Kleinen Chaos-Stream sozusagen. Und ja. Und dann geht es weiter in Kürze. So. Ich weiß gar nicht. Diese Vampir ist glaube ich auch gar nicht so im Fokus. Die haben wir gar keine Serie gelaufen. Naja. Mal so eine Zwischenfolge zwischen ganz anderen Sims. Hier habe ich noch eine Sims. Hier bin ich so eine böse Hexe. Ein Allotivkind. Dann haben wir ja einen Vampir, der sich da auch nochmal vier Tiefkinder geholt hat. Das war ja. Naja. Ich weiß nicht. Tschau. Tschau. Tschau.